Geplagt 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 Auf morgen, auf morgen, das nennt man Prokrastination. Du musst noch was besorgen, es geht auch noch über morgen, das nennt man Prokrastination. Chaos erwartet mich vor Ort, ich muss aufräumen und zwar sofort. Geschirr und Klamotten überall, ist erst der reinste Saustall. Es ist jetzt echt mal angebracht, doch es ist leider bereits nach Acht. Das mach ich morgen. Verschiebe deine Sorgen, mich auch mal auf morgen. Auf morgen, das nennt man Prokrastination. Du musst noch was besorgen, es geht auch noch über morgen, das nennt man Prokrastination. Ich geh mal eben joggen, raus und den Brief wegbringen. Es ist ganz kalt und regnet. Ich bleib mal lieber drin. Und räum etwas auf. Dann mach ich mir doch erstmal was zu essen. Ach was für ein Stress, ich geh erstmal auf die Couch. Das geht auch noch über morgen, das ist die Nation.